Erleben Sie Archäologie. Aufsehen erregende Entdeckungen und faszinierende Forschung. Das Magazin Archäologie in Deutschland präsentiert die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen. Der Rahmen reicht von der Menschwerdung den Römern, Kelten, Germanen bis zum Mittelalter. Alle Beiträge werden von renommierten Fachleuten verfasst. Im Zentrum der AID steht die Rubrik Aktuelles aus der Landesarchäologie. Darin berichten engagierte Korrespondenten aus den Landesdenkmalämtern über ihre neuesten Grabungen und Funde. In unserer Rubrik Sehenswert entdecken Sie neue Ausflugsziele, Grabhügel, der Limes, Freilichtmuseen und vieles mehr. Die Zeugnisse vergangener Zeiten warten nur auf Ihren Besuch. Lernen Sie die Archäologie in Deutschland kennen. AID, unser modernes Wissensmagazin.